Weißt du, was das Blöde ist? Wir haben, oder es gibt ganz viele Bücher zum Thema Hochzeit, wo sich entweder Frauen oder Männer drüber freuen. Aber es gibt ganz wenig, was irgendwie für beide toll wäre. Ich habe eine Idee. Und zwar dies hier, die Liebeserklärung von dem Blondel. Ach, das ist der, der 16, 6.41 Uhr geschrieben hat? Ja, genau. Und das ist ein richtig tolles Buch, was beide lesen können. Also mir hat es total gut gefallen. Und vielleicht auch. Gut.